Wenn Sie Ihren Schläger eingesprüht haben und Sie merken, dass die Kontakte eher an der Spitze der Schlagfläche sind, kann das einfach daran liegen, dass Ihr Körperschwerpunkt zu weit hinten ist. Versuchen Sie doch folgendes. Wenn Sie Ihr Setup einnehmen und zu aufrecht stehen und vielleicht nach hinten fallen, im Rückschwung schon, dass das Gewicht ein bisschen mehr vorne ist, dass der Körperschwerpunkt ein bisschen mehr vorne ist und dass Sie das Gleichgewicht mehr mittig haben. Weil es ist klar, wenn Sie nach hinten fallen, im Schwung, werden Sie automatisch die Arme anziehen und die Kontakte sind zu sehr an der Spitze.